ein bisschen was er hat so ganz viel ist es doch auch gut und ich konnte ja aber das muss ich dir das zurückbringen mit dem Ruhm Bauherr macht den Rumpen krasser Scheiß hier ist dieses Becken gehen ein Tiefel die Großschlucht wenn er jetzt rein in der Auskunft das haben wir wollen und die regnet jetzt nicht mehr das hat bei der ganze Zeit nicht geregnet weil ich es ausgemacht hab ich bin in der Schlucht Leute, die spawnen jetzt schon, obwohl da noch da noch Licht drin ist musst du mehr Licht machen, Elias ist ja eigentlich im Grunde gut, dass da welche sind Elias, ich schau mal bei dir vorbei, okay, wie es aussieht genau so wie ich vorhin kehren, nur dass jetzt Wasser ist trotzdem schau ich es mir nochmal an boah, der Typ ist auch so kacke, der kann nicht mal wo hoch schwimmen, ey WAS?! warum hattest du nur ein halbes Herz ich dachte, du hättest mehr Leib, warum hast du nur ein halbes Herz ich hatte endlich Diamanten ja, Diamanten, genau, woher denn? ja, die lagen da drin, das ist irgendwie hast die du aus meiner Kiste geholt? ne, ich hatte überhaupt keine Diamanten an ich dachte schon wenn die vielen weiß ich, dass du sie hast findest du zurück, oder muss ich das Zeug für dich einsammeln? ok, dann kommst du ich komm, ich muss mal jetzt mal gucken ja, soll ich das Zeug für dich einsammeln, oder findest du so allein zurück? nein, du musst allein sammeln ok mal, ey, warum hast denn du auch nur ein halbes Leben, ey dafür ist der Child jetzt schon gestreut Alter, bei mir sind Heikel Heikel oder so, wie man die nennt Heikel, Luciano, was hattest du? du hattest Fleisch und Erde mehr nicht mehr nicht mehr nicht mehr 3 Rindfleisch mehr 3 Rindfleisch ja ok und Erde nee keine Ahnung ja 10 keine Ahnung ich muss jetzt erstmal nur wie rauskommen Alter, wie soll man denn hier raus? wie soll ich das nicht glauben rejoice oder wie soll ich das nicht vorstellen? Hhhhhhhhhhhh Loll mach mal Stein Alter, ich hab schon steig Leuch. Leuch. Geiler Scheiß. So, dir ist jetzt komm ich vorbei. Ich muss nur... Giano, wo bist du? Du grad bist bei deinem Haus. Giano, bist du bei deinem Haus? Nee, tu sie in die Kette in deinem Haus. Hast du eine Kiste? Oh, Giano. Ja, ich hab eine Kiste. Wow, krass. Was machst du? Alter, dir. Ich muss schneller sein als du. Alter, ich schaue mir den ersten Karten. Was hat er gemacht? Nee, er hat sich einfach hingestellt, sodass ich nichts gesehen habe. Und dann... Da war nur ein Block. So, das hattest du... Ja, ich hab jetzt einfach dein Fleisch in die Kiste getan, Giano. Gut. Okay. Gut, Lias, dann kommen wir jetzt zu dir. Weil die Monster sind sich schon reingefallen. Sie sind gestorben. Oh, fertig, Lias. Vielleicht gilt es ja auch bloß für Zombies, weil die haben ja unterschiedliches Leben, die Monster. Oder hast du alle ausprobiert? Dann verrottet das Fleisch. Hast du alle ausprobiert oder bloß die Zorn? Ja, die haben alle überlebt, außer halt die Spinnern. Ja, bin ich mir ganz sicher. Es dürftest du von da aus. 1.800. Und... Also warte... X... 1.800. Und... Z... Plus 500. Zumindest war es bei mir da. Kann aber auch sein, dass es wegen dem neuen Map-Generator nicht da ist. Aber es gibt eigentlich keinen neuen Map-Generator, daher dürfte das eigentlich schon da sein. Bist du auch mit dem Bootliff manchmal? Nee, ich glaube, ich bin geflogen. Nicht gerannt. Naja, dann. Kann aber auch sein, dass es irgendwo viel näher eins ist. Weep, 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 weep. Ups, still. Weep, weep, wee. Ja. Was machst du denn, du?! Geh doch weg, lass mich doch runter! Ich bin runter! So, Lias, wie sieht's aus? Geht's so? Hier fallen grad kein Monster rein, müssen wir eins reinschützen. Wo ist denn der Eingang hier? da sind wahrscheinlich noch keine Geräusche der Lichtmann neben Korn zum bisschen kleine ist es nicht so lange gehen an der Sterbe ich wahrscheinlich dann was machst du ich habe überlegt ich habe das reichert er hat dann die Hälfte Zelle wurden lebt er noch ja nicht mehr das ist voll dunkel das ist voll kacke wo kommen wir hier unter dir ist du musst da runterspringen und runterkontrieren kann ich auch da runterspringen, ich springe jetzt da runter einfach ok kann sie auch einfach LOL Alter Alter wer jetzt mein Zeug einsammelt hat Jan schon eingesammelt Jan bist so mongora du musst ihn umbringen LOL warum bist du tot wieso bin ich gestorben und Jan und ich ja weil du wahrscheinlich die Erde gedrückt hast LOL Jan sterb gerade fast Jan wird hier rausgekriegt Nein ich hab ich selbst Töte ihn Elias, Töte ihn nein meine sehr schön Pfeiler, du doch Ach du Scheiße Töte Elias gerade um Töte Elias Töte Elias Alter meine 23 Level sind jetzt am Arsch Töte Elias, komm mal bitte ja ich komme ich habe aber gar nichts Scheiße man ich hatte 23 Level warum springe ich denn da runter Töte Elias, Töte Elias dann wollte ich gerade eins ab Jan und lass mich mit der Kräuter Jaja Ach du Scheiße weil Jan und Eisenlust und so'n Scheiß Ach du Scheiße Jan und dann jetzt ein Frau aufmachen Gehen, bleibst du ich komme aber ich habe nichts ich will einfach mein Zeug zurück ja schon mal runter, Jan steht da in der Zeilung wo ist, wo geht's hier runter, da runter Jan, lass mich, Jan, halt Maul, ich bin fast tot, lass es lass es, Jan, ich bin, ich hab noch eine Teile bis so'n Mungo Der hat gerade auch sonst Jan, lass es, lass es, gib mir mein Zeug wieder Nein Lass es, ja wenn, ich hab ihn tepäht Hi Jilly Lass es jetzt, Giuliano, Giuliano, lass es, gib mir mein Zeug zurück Noch einmal Nein Gib mir mein Zeug zurück Okay Ich hab ihn tepäht weil er mich getötet hat Lass es jetzt, gib mir mein Zeug zurück Ich bin tot wieder Gibst du jetzt her Ja, ich hab dir das geschmissen Und mein Schwert und der ganze andere Scheiß So, okay Bring ihn doch einfach um Gib mir doch, ja ich hab ja nichts, womit ich ihn umbringen kann Gib mir einfach jetzt alles Und mein Schwert auch, Giuliano Wahrscheinlich, gib ihm nicht das Schwert, sonst bringt er dich um Giuliano, alles Mach ja so Mein ganzes Inventar war voll Komplett voll Ja, komplett voll So, fertig Giano, gib ihm mein Schwert Bis her Giano Sag Giano Ich warte Ich kann theoretisch noch stoppen Eine Rüstung fehlt noch Sag, ich sterbe Ja, das warst du Was ist da hinten? Alter, meine ganzen Level sind jetzt nur noch zwei Stück Ich hatte 23 Ich hatte 23 Wieder so ein Scheiß Alter Warum stirbst du, wenn du da runter gehst Und ich stirb nicht, wenn ich da runter springe Vor allem hatte ich eine Eisenrüstie an, komischerweise Versuch's nochmal, ich bring nochmal runter und schau, ob ich sterbe Das ist voll unlogisch, ich hatte eine Rüstung an Und so und Tich Dann Schaende Ich habe